Ja also, heute lernen wir mit Back One den Kampfroboter One Footed Shoals aka Pop Shoals mit dem Fußhals. Was? One Footed Shoals. Ja Pop Shoals mit dem hinteren Fußhals, so. Also, was man dazu braucht für diesen Trick? Erstmal ein Skateboard. Dann stellt man sich so geil drauf und lernt One Footed All. Ja? Habt ihr es drauf. Wenn man das drauf hat... Du sollst ihn ja erklären einfach. Also One Footed Olli ist erstmal ein Olli und man kickt den Fuß hinten raus. Ja? Lernt man Pop Shoals. Meint man ja auch. Zicker. Jetzt waren wir bei uns, da waren wir drauf. Ich kann ihn nicht ohne Fuß drauf. Und wenn man damit fertig ist, dann macht man Pop Shoals und kickt. Kickt den Fuß hinten raus. Dann nimmt man das Boot in die Hand und freut sich über den gestandenen Trick. Das für ein Deck. Gib doch mal das Deck. Das ist scheiße. Habt ihr das gecheckt? Drei. Drei. Drei.